Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cillia. In der letzten Folge sind wir hier in Port Gandala eingedrungen und wir haben am Ende das letzte Parts nicht rausgefunden, wo wir gehen müssen. Aber ich habe es gefunden. Ich glaube, wir müssen hier irgendetwas machen. So, wenn ich jetzt nur wüsste, wo die Nummer war. Ne, das ist nicht mal 15 Minuten mehr. Im Erdgeschoss waren die, oder? Ach ne, wir sind im Erdgeschoss. Ne, wir sind im Erdgeschoss. Dann gehe ich mal zur unteren Ebene. O1. Weil, uah. Ach, jetzt sind wir hier runter, ne? Ohne noch mehr Türen. So, haben wir außerhalb hier irgendwie was. Lassen wir mich gucken. Nein, nein. Uah, nein. Mann. Und schon wieder. Oh, Mann. Und schon wieder hier. Sack. Schmal schreien. Oh, jetzt muss ich. Ja, würde ich auch sagen. Oh, jetzt muss ich. Bro, warum bist du eigentlich so schnell kaputt immer? Warum? Erklär mir das. Mann. Ha. Ha, ha, ha. Der Kampfschrei. Ja, komm. Zack, zack, zack. Und zack. Verdammt. Jetzt war ich vorbereitet. Au, die kalte Schulter. Mann. Jetzt war ich vorbereitet und jetzt ist es, jetzt ist es im nächsten Part wahrscheinlich, im nächsten Kampf Part. Im nächsten Kampf schon wieder alles lerne. Nein. Nein. Hier sterbe ich. Oh, Ruhe. Haben wir dann einen Schwanz. Ja, ich sammle die immer noch übrigens. Noch kein einzigen ausgegeben. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass irgendwann seltenere Dinger zur Verfügung stehen. Geh weg. Wir sind bestimmt auch vor die roten Schatzthronen. Guck ich mir nochmal um. So an der Decke irgendwie. Aber hier ist nichts. Und ich komme von hier. Und... Und... Doch. Dann hier lang. Was haben wir hier? Ach, jetzt sind wir hier drunter. Hui. Ach, deswegen. Ich muss schon sagen, warum war der Raum so groß? Nein, ist Tyler geil. Wenn ich wahrscheinlich alle am Ende verballern. Bei optionalem Posten und was weiß ich. ultimativen Gegnern. Hätt geschossen. Hui. Hallo. Na, hübscher. Kommst du öfter hier. Und noch mehr Geld. Geil. So, noch irgendwas. Na, nö. Okay. Dann wieder runter. Fahre er runter. Dann mal wieder zurück. Zum... Was weiß ich? Obergeschoss. Obere Ebene. E1. Klamagne, glaub ich. Ich bin mir fast sicher. Okay, in dem bin ich reingelaufen. 8000 Monat. Es gibt keinen perfekten Partner. Sag. Ach ja, das ist eine neue Attacke von Rowan. Müsste er eigentlich... im... in der Aufnahme gelernt haben. Ich wollte eigentlich... Wieso bin ich nicht mit Rowan verbunden? Was soll denn das? Ich stehe doch auf alte Männer. Die mir vielleicht mehr Neuwarten kaufen sollen. Obwohl... So wie Rowan die ganze Zeit... Mann, doch Wüstung besser. Naja, ach du... von 20 Treffer. So, unser Marbo Curry ist abgelaufen. Dann packen wir noch mehr rein. Volumen noch nicht. Okay. Hui. Kraut. Äh. Und der Trug. Kann man hochklettern? So viele Fragen. Blaue Kamille. Ja, vielleicht gucken Sie mal, dass man... Autsch. Abo. Nach Hilfe. Von allen Seiten werde ich genommen, was soll denn das? Verdammt. Und noch mal. Schade. Rowan, komm mal her. Ah. Ah. Warum stehen da überhaupt die Maxi Zweifel? Aber da brauchst du sie noch alle. Äh. 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 weil ich so geil bin da kommen wir mal 100 erfahrungspunkte das ist auch nicht schlecht das ist sogar optimal und ich sehe gerade hier ist eine türe watzum was machen die dann warum packen die hier die sachen auf aber hier vom vorkamisch von ihr nicht das ist schon mal klar dann komme ich hier von der mitte ja sieht man auch dass so ein oranger punkt vor der türe karte nein man hatte für die gegner schon wieder da will ich gut ausgehen da will ich überhaupt nicht gut ausgehen ja komm mal auf viel mehr gegner wenn wir uns überraschen ich bin ausgewichtigt weil ich ihn nicht angewisert hatte ich habe mich eigentlich nur konzentrieren und dann weitermachen und zack mal schauen oh gott oh gott und meine tp halten auch nicht ewig leute warum sind hier noch auf mich scharf erwin sagt scharfe strömung wir sind vor allem verrecken ja ich kann mir mal was so was jetzt auch ich kann das nicht aufnehmen soll hat hallo da da ich habe mich mal gesehen hat das war ja was sind diese geräte hier keine ahnung was da ist auch eine tür hinter so dann müssen wir ja wohl zum zweiten obergeschoss ja ich würde jetzt begrüßen nämlich nicht die gegner wieder von hinten nehmen was okay wer war das du du stirbst schon als erster ja 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 nein da ging man anfällig aber so und zack ab wie ihr verbrechen gut gemacht ja ich war das ausgeschenkt war an sterben also können wir wieder in der blatt haben haben wir wieder cp und so nein wo und wann ich hätte es lieber wenn dieser wirkt bereich ein bisschen größer wer von heiler wir haben sehr gut zusammengearbeitet mein herr okay ist ja was nein jetzt nicht weil ich gleich nach so wird er nicht von ihnen danke wir haben schon jemand mich an hahaha da kommt jemand von hinten warum denn immer von hinten das halte ich von euch genau ja und eine truhe stehe überhaupt nicht warum ich auf screen trinke einzeln bei entweder tut oder wieso will ich mal es besagen elven haben glaube ich ist er besser als ist der besser als das weiter nimmst du den und nimmst der schatz sucher hey finde ich auch da ging es geht es nicht weiter was wir können auch sowas machen modern eigentlichkeiten tragen ich trage das ding mit mehr um auf einen arm ich würde gerne sehen was da unten ist verdammt nein 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 warum wo bin ich ich will ich hoheit und erst mal drauf klettert schön okay dann denke ich mal dass ich von da aus irgendwie irgendwohin krabbeln kann ja was er nur diese durch beim kann ich ja nicht einfach hoch springen man kann auch sehen wie hoch springen kann 1500 und wir kriechen hierdurch ja sie doch schon so verdammt danach aus als könnte ich müsste ich hier hingehen schon ich kann mir schon vorstellen ich jetzt nach oben und da ist jetzt auch so ein kasten sehen soll ich jetzt davor schieben damit das ding schieben kann oder hey hey dude was ist denn hier von labyrinth okay aber ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal hier weiter um und ich würde sagen das war's für diesen part und ja danke fürs zuschauen bis zum nächsten part